Das Wichtigste ist, dass dieses Dialogelement, also die Energie, die in der Demokratie da sein muss, auf den anderen zuzugehen. Und zwar um seiner selbst willen, aber auch um das andere willen, dass man das versteht und dass wir das weitertragen können. Und dass die Menschen das verstehen. Denn wenn sie es nicht verstehen, dann wird auch das aus dem Zusammenleben nichts. So entsteht Zusammenleben.